18. Dezember, Steitz POV Steitz stand da wie vor den Kopf gestoßen. Wieder ist Derek verschwunden und wieder hatte er keine Ahnung, wohin er geflüchtet war. Er hatte immer noch keine Antworten von ihm bekommen und das, was er über Derek und dessen sehr verwirrenden Gefühle für sich erfahren hatte, warf eine ganze Reihe neuer Fragen auf. Kurz gesagt war die Sache jetzt noch undurchsichtiger als vor dem Treffen. Steitz ließ die Geschehnisse und das, was Derek ihm gesagt hatte, noch einmal Revue passieren. Er musste sich verhört haben, als er vorhin verstanden hatte, dass der unnahbare Alpha-Werwolf sich in ihn verliebt hatte. Ausgerechnet in ihn. Sollte das ein schlechter Scherz von Derek sein? Das konnte doch nicht sein. Derek liebte ihn niemals, dann würde er doch nie so mit ihm umspringen. Er hatte gesagt, dass er ihn lieben würde und das gleich zweimal. Und er hatte ihn geküsst, sanft und zärtlich. Stiles strich sich über die Lippen. Er konnte die von Derek immer noch leicht spüren. Bei dem Gedanken lächelte er und dieses merkwürdige, unbekannte Gefühl trat wieder in den Vordergrund. Eine Bewegung forderte seine Aufmerksamkeit. Holden sah ihn an und trat von einem auf den anderen Fuß. Bist du jetzt zufrieden? Er ist weg. War es das, was du wolltest? Fragte Steitz gereizt. Dafür hätte er seine Zunge erst einmal an deinem Freund haben müssen. Und nenn ihn nicht Typ. Sein Name ist Derek. Nenn ihn gefälligst so. Fauchte Steitz den etwas überrascht wirkenden Holden an. Die Situation war für Steitz surreal. Erst hatte er niemanden, der sich für ihn interessierte, und dann gleich zwei Männer? Einer? Einer der beiden war sein Freund. Und der andere? Ja, was war Derek eigentlich für ihn? Vor diesem chaotischen Abend hätte er gesagt, dass er sein Alpha war und sie in einem Rudel zusammen miteinander auskommen mussten. Aber jetzt? Immer und immer wieder klingelten Dereks Worte in seinem Kopf. Ich liebe dich und du bist mein Gefährte. Irgendwas haben seine Worte in Steitz ausgelöst und ein warmes Gefühl machte sich in seinem Körper bei dem Gedanken, dass Derek ihn doch nicht hasste, breit. Er musste jetzt noch dringender mit ihm reden als zuvor. Er konnte, nein, er wollte das so nicht stehen lassen. Er wollte antworten und er wollte sie so schnell, wie es nur ging, bekommen. Können wir jetzt endlich reingehen? Es ist arschkalt hier draußen und du zitterst auch schon. Riss Steitz die Stimme von Holden aus seinen Gedanken. Er blickte ihn finster an und machte keine Anstalten, sich zu bewegen oder Antworten zu geben. Er war sauer auf Holden und das ließ er ihn in diesem Moment auch gerne spüren. Stiles sagte Holden erneut und trat auf den brünetten jungen Mann zu. Es tut mir leid, Darling, mir sind die Sicherungen durchgebrannt. Warum küsst er dich einfach? Weiß er nicht, dass wir zusammen sind oder respektiert er es einfach nicht? Nein, er wusste nicht, dass wir zusammen sind und wenn er es gewusst hätte, dann hätte er es mit Sicherheit respektiert. Warum er mich geküsst hat, kann ich dir leider nicht sagen. Das habe ich auch versucht herauszubekommen, als du plötzlich rausgekommen bist. Du hast es ihm nicht mal gesagt? Warum nicht? Bin ich dir etwa peinlich? Ist das dein verdammter Ernst? Brüllt es da jetzt los. Er konnte es nicht fassen. Hatte Holden ihm eigentlich auch nur eine einzige Minute zugehört? Ja, das ist mein verdammter Ernst. Ich kann nicht glauben, dass du mich verheimlicht hast. Du willst mich doch gerade echt verarschen, oder? Wo ist die Kamera? Ich erzähle dir seit fast drei Wochen, dass er verschwunden ist und dass ich mir Sorgen mache, weil ich keinen blassen Schimmer habe, wo er ist, wo ich nach ihm suchen soll und was er macht. Kannst du mir mal bitte erklären, wann ich ihm hätte sagen sollen, dass ich seit neuestem einen Freund habe? Ich habe ihn heute das erste Mal wieder gesehen. Er hat mich erst geküsst und anschließend gefragt, wer du bist. Falls du es vergessen hast, kann ich deinem Gehirn gerne mit den richtigen Fakten auf die Sprünge helfen. Ich habe ihm doch dann gesagt, dass du mein Freund bist. Stimmt, du hast recht. Das habe ich in meinem Zorn ganz völlig vergessen. Es tut mir leid. Ich will dich nur nicht verlieren. Verstehst du das? Ich liebe dich und es ist schwer und verletzend für mich, dabei zusehen zu müssen, wie dich so ein extrem gutaussehender Typ küsst. Diese Lippen gehören nur mir und dieser Körper auch, sagte Holden und strich Stiles über den Arm. Er legte dem brünetten Mann seine Hände an die Hüften und zog ihn von seinem Wagen weg, dicht an seinen Körper. Stiles konnte die Wärme, die von Holden ausging, spüren. Irgendwie war ihm die Nähe gerade zu viel, aber er wollte Holden auch nicht vor den Kopf stoßen. Immerhin mochte er ihn ja. Holden hatte wieder gesagt, dass er ihn liebte, aber Stiles war nicht so weit, es ihm zu sagen. Klar mochte er ihn, sie hatten Spaß zusammen und der Sex war auch gut, aber konnte er jetzt schon von Liebe sprechen? Es fühlte sich nicht wie bei Ian an und den hatte er definitiv geliebt. Stiles überlegte und wenn er die letzten drei Wochen Revue passieren ließ, konnte er sich nicht daran erinnern, dass er Schmetterlinge im Bauch hatte. Es fühlte sich gut an, wenn er da war und sie zusammen Zeit verbrachten, aber da war irgendwie kein Kribbeln. Vielleicht ist es da und er hat es nur noch nicht bemerkt, weil seine Gedanken immer bei Derek waren und er sich kaum auf irgendetwas anderes konzentrieren konnte. Derek. Das war das Stichwort. Er musste ihn finden. Allerdings hatte er keine Ahnung, wo er suchen sollte. Das hatte beim ersten Mal schon nicht geklappt. Vielleicht sollte er Derek heute Abend Zeit geben, um sich zu sortieren und seine Erklärung für all das zu finden, denn wenn er ihn vorhin richtig verstanden hatte, dann wusste er selbst nicht, was los war. Ihn selbst würde es sicher auch gut tun, eine Nacht darüber zu schlafen und am nächsten Morgen auf die Suche nach Derek zu gehen. Er würde die altbekannten Stellen anlaufen und versuchen, ihn dort zu finden. Vielleicht hatte er ja Glück, dass er ihn da fand oder er sein Handy wieder anmachte. Ihm würde es auch reichen, wenn sie erst einmal nur telefonieren würden. Natürlich wollte er ihn gerne sehen und ihn in den Arm nehmen, wenn er wieder so traurig guckte wie vorhin. Es tat weh, Derek so zu sehen. Irgendwie niedergeschlagen und verletzt. Das kannte er von ihm nicht. Das war ganz neu. Und Stiles fühlte sich beschissen bei dem Gedanken, dass er das ausgelöst hatte. Stiles fischte sein Handy aus der Hosentasche und schrieb seinem Dad eine Nachricht, während er mit Holden wieder reinging. Hi, Dad. Hallo, Sohn. Dad, kann ich morgen bitte kurzfristig frei haben? Was ist los? Ist irgendwas passiert? Lange Geschichte. Würde ich dir bei einem Kaffee erzählen wollen. Momentan ist alles noch ziemlich verwirrend für mich. Geht es um Derek? Hast du eine Spur oder hast du ihn sogar gefunden? Ja, es geht um Derek. Und ja, ich habe so etwas Ähnliches wie eine Spur. Darf ich dich mal was fragen? Er betrat die Wohnung mit Holden und ließ sich auf die Couch fallen, als sein Handy die nächste Antwort seines Dads ankündigte. Klar, alles, das weißt du doch. Wie kommt es, dass du gleich an Derek denkst, wenn ich verwirrt bin? Es hätte doch auch was mit Holden oder mit Scott sein können. Natürlich hast du recht. Es könnte auch was mit den beiden sein. Aber alles, was in letzter Zeit in deinem Kopf vor sich geht, dreht sich um Derek. Du fragst dich, wo er ist, was er macht, ob es ihm gut geht, ob er dich hasst, warum er sich nicht meldet und wann er wiederkommt. Ist das so offensichtlich, dass ich an nichts anderes als an ihn denken kann? Er beherrscht deine Gedanken und deine Gefühle und dein Handeln. Wenn ich es nicht mit meinen eigenen Augen gesehen hätte, dass du mit Holden zusammen bist, würde ich sagen, dass Derek dein Partner ist. Sorry, dass ich das so sage, aber das ist, was ich sehe. Also ja, ich denke, es ist so offensichtlich. Bei dem Text seines Dads kommt dieses in den Hintergrund gerückte Gefühl wieder an die Oberfläche. Er kann es immer noch nicht benennen, aber es ist immer präsent, wenn er an Derek dachte oder ihn sah. Es musste also irgendetwas mit ihm zu tun haben. Oh Gott, so schlimm ist es. Du bist mein Sohn und ich merke, wenn bei dir etwas los ist, auch wenn ich dir nicht alles sage, was ich bemerke. Ich finde es gut, dass du dich so sehr dahinter klemmst. Ich mag Derek sehr gerne und ich finde, er ist ein toller Mensch. Mensch, wenn er Hilfe benötigt und du ihm helfen kannst, dann hilf ihm. Was fällt dir denn noch auf? Das sage ich dir, wenn es soweit ist. Also, gibt es da noch was? Ja, aber ich denke, das findest du irgendwann allein heraus. Du bist smart und irgendwann wirst du auch verstehen, was ich sehe. Wenn nicht, kann ich dich immer noch in die richtige Richtung stupsen. Ich werde versuchen, für ihn da zu sein. Ich mag ihn auch unheimlich gern und möchte für ihn da sein. Nein, immerhin sind wir Freunde. Als es mir wegen Ian so schlecht ging, war er auch für mich da und hat mich bei sich wohnen lassen. Genau deswegen gebe ich dir auch frei. Klär das mit ihm, wenn du ihn findest. Und wenn du mehr Zeit brauchst, dann sag es mir. Langsam machst du mir Angst. Woher weißt du, dass wir was zu klären haben? Erstens kenne ich dich zufällig sehr gut, da du mein Sohn bist. Zweitens hast du gesagt, dass du verwirrt bist. Und dann hast du für gewöhnlich immer was zu klären. Und drittens belastet dich die Sache mit Derek so dermaßen, dass du völlig neben dir stehst. Aber lass dir gesagt sein, die Reaktion ist völlig normal. Du kennst mich wirklich sehr gut. Und du hast recht. Derek und ich haben was zu klären. Drück mir die Daumen, dass ich ihn zu fassen bekomme. Das mache ich. Und ich bin mir sehr sicher, dass ihr beiden das schon hinbekommt und dass am Ende alles gut wird. Das hoffe ich auch. Mir wäre es wirklich sehr wichtig. Danke, dass du so ehrlich zu mir warst und Verständnis für mich und meine Situation hast. Schlaf gut, Dad. Ich hab dich lieb. Ich hab dich auch lieb, mein Sohn. Und für mich ist es selbstverständlich, dass ich für dich da bin. Stiles sah von seinem Handy auf und in das fragende Gesicht von Holden. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020